Als ich wieder zu mir komme, blicke ich in freundliche Krankenschwesteraugen. Das ist aber schön, dass es Ihnen bei uns so gut gefallen hat, dass Sie gleich wieder zu uns gekommen sind, werde ich begrüßt. Ich finde mich also in vertrauter Umgebung wieder. Zwei in einem anderen Zimmer, aber im selben Krankenhaus. Wir freuen uns immer über Stammgäste, scherzt die Schwester weiter, deren Namen ich zwar nicht mehr weiß, deren sonniges Gemüt mir aber von heiteren Blutabnahmemomenten in Erinnerung ist. Mein Kopf dröhnt, ich fühle mich noch schwächer als schwach und ich hänge auch mal wieder an einem dieser blöden Tröpfe. Sie hatten einen markigen Kreislaufkollaps, Herr Brömern, flötet sie und verlässt danach mein Zimmer. Erst langsam kommen die Erinnerungen wieder. Nein, es war leider kein schlechter Traum. Es war die gruselige Realität. Was ist mit Franziska? Weiß sie schon Bescheid? Gerade will ich nach jemandem rufen, da klopft es schon an die Tür und ein Krankenpfleger fragt, ob ein Kriminalhauptkommissar Meirich zu mir dürfe, um mir ein paar Fragen zu stellen. Ich nicke und Markus tritt ein. Er begrüßt mich herzlich, versucht sogar unbeholfen, mich im Liegen zu umarmen und setzt sich auf den Stuhl, der neben dem kleinen Tisch am Bett steht. Teichner, sage ich matt. Markus blickt zu Boden. Wir schweigen eine Weile. Wie habt ihr mich gefunden, frage ich dann. Als du nicht zum Treffpunkt gekommen bist und über dein Handy nicht erreichbar warst, war mir gleich klar, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe sofort eine Handyortung in die Wege geleitet und so haben wir dich gefunden. Ich blicke auf meine Uhr, die auf dem Abstellwagen liegt. Wie lange ist das her? Drei Stunden. Wir haben beide festnehmen können. Einen der beiden mussten wir in den Arm schießen. Er hat auf einen Kollegen geschossen, ihn zum Glück aber verfehlt. Dann berichtet Markus, wie sie mich bewusstlos vorgefunden und mit einem Rettungswagen hierher gebracht hätten. Ihr müsst jetzt vor allem den Auftraggeber dieser Typen endlich festnehmen, sage ich und stelle per Fernbedienung mein Kopfteil höher. Damit kenne ich mich ja noch super aus. Den Rüdiger Buttig. Markus blickt wieder zu Boden. Du wolltest mir ja nicht glauben. Als ich neulich bei euch in Altsfeld war, ich, Henning, unterbricht mich Markus mit seiner ruhigen Art, für die ich ihn meistens bewundere und selten wie jetzt gerade verfluche. Henning, da gibt es wirklich nicht den Hauch eines Beweises. Ja, Buttig hat diese Bürgerwehr gegründet, bei der eine der beiden Täter Mitglied war. Das ist aber nach derzeitigem Stand auch alles, was wir mit Sicherheit wissen. Ich schüttle den Kopf, was meinem Schwindel nicht unbedingt gut tut. Was sagen denn diese Typen? Hast du sie nicht auf Rüdiger angesprochen? Frage ich Markus eine Spur zu laut. Nichts, antwortet Markus. Bisher haben sie nichts gesagt. Ohne Anwalt wollen sie nichts sagen. Habt ihr Teichners Handy ausgewertet? War da nicht irgendetwas, das auf Buttig hinweist? Zum jetzigen Stand nein. Auf den ersten Blick war nichts zu finden. Weder mitgeschnittene Aufnahmen noch Mails oder SMS. Da war alles gelöscht. Aber glaubt mir, unsere Techniker checken alles nochmal aufs Genaueste durch und finden vielleicht noch was. Markus rückt mit seinem Stuhl näher an mein Bett und spricht jetzt etwas leiser. Mann, mir tut das so leid mit Teichner. Ich mochte ihn nie, aber trotzdem, es ist. Und ich bin schuld, sage ich. Ach was. Er war doch, ich bin schuld. Ich habe mir das alles ausgedacht. Ich habe ihn für meine Zwecke ausgenutzt. Nicht mehr, nicht weniger. Markus sieht mir stumm in die Augen. Dann sagt er, Henning, das darfst du nicht so sehen. Teichner war ein erwachsener Mann. Er war er eben nicht. Teichner war kein erwachsener Mann. Das weißt du genauso gut wie ich. Er war ein Kind. Ein nerviges, unreifes Kind. Darauf sagt Markus nichts. Weiß sein Vater schon Bescheid? Frage ich. Nein, noch nicht. Da fahre ich gleich hin. Ich frage ihn, ob Franziska informiert sei. Das wisse er nicht. Ich werde sie gleich anrufen, beschließe ich. Was dich vielleicht interessieren wird, sagt Markus, wir haben den Rahimi. Wen habt ihr? Ich sehe ihn fragend an. Na, den geflohenen Afghanen, nachdem wir wegen der Bürgermeister-Großgeschichte gefahndet haben. Javid schießt es mir durch den Kopf. Mir war nur der Vorname bekannt. Er hat sich gestellt, fährt Markus fort. Und? Was sagt er? Markus atmet tief ein und wieder aus. Das ist vertraulich. Das weißt du. Offiziell habe ich dir nichts gesagt. Und du planst doch weiter keine Alleingänge mehr, klar? Ja, ich nicke stumm von Alleingängen, habe ich wahrlich genug. Er hat gestanden, sagt Markus und blickt auf die Uhr, dass er bei der Attacke auf den Bürgermeister dabei gewesen sei, allerdings nur Wache gestanden hätte. Den Mord habe dieser Halim Ansari begangen. Und was soll das Motiv gewesen sein? Er sagt, Ansari habe den Bürgermeister nur drohen wollen, erzählt Markus. Groß solle sich stärker gegen die Abschiebung der Afghanen in Bretzenhain einsetzen. Naja, und wie wir wissen, hatte Groß ja eher andere Ansichten. Dann sei es zu einem Handgemenge gekommen, mit dem Ergebnis, dass der Bürgermeister irgendwann erschlagen auf der Erde lag. Und was sagt er zu dem Tod von Halim Ansari, frage ich? Davon habe er nichts mitbekommen. Sie seien an dem Tag getrennt unterwegs gewesen. Glaubst du ihm? Will ich wissen. Hm. Halb ja, halb nein. Es wirkte alles ein wenig auswendig gelernt, was er da erzählte. Er erwartete offenbar, dass wir ihn nach seiner Aussage sofort freilassen würden, was wir natürlich nicht getan haben. Da hat er etwas die Fassung verloren und rumgeschrien. Er habe sich doch freiwillig gestellt und sei unschuldig. Wenn man ihn nun festnehme, dann würde er nie anerkannt werden. Und so weiter. Ich habe Durst. Doch wieder einmal scheint es kein stilles Wasser zu geben, was mir aber im Moment auch völlig egal ist. Ich fühle mich so elend in jeglicher Hinsicht. Wie gut kennst du eigentlich die Leiterin der Unterkunft in Brezenhain? Fragt Markus, während er ein weiteres Mal auf seine Uhr schaut und sich sein schwarzes Sakko überwirft. Ein bisschen nur. Habe zwei-, dreimal etwas länger mit ihr geredet, antworte ich müde. Warum? Weil Rahimi immer gesagt hat, wir sollten mit Jana reden. Mit Jana, die wisse, dass er ein guter Mann sei. Wir sollten unbedingt mit Jana reden. Bestimmt zehnmal hat er das wiederholt. Mir fällt etwas ein. Laurins und Karjans vorpuppertäres Gekichere und die Behauptung, Javid und Jana Wilhelm hätten sich heimlich geküsst. Ich sage aber nichts. Kurz darauf verabschiedet sich Markus und macht sich auf den Weg zu Teichners Vater. Ich beneide ihn nicht darum. Ein paar Minuten später schneit eine Ärztin herein. Mein Kreislauf eröffnet sie mir. Sei zwar fast schon wieder stabil, doch trotzdem plädiere sie dafür, mich doch noch eine Nacht hier zu behalten. Zur Beobachtung, schließlich sei ich ja gerade erst operiert worden. Zudem könne man mir eventuell morgen früh schon die Fäden ziehen, dann bräuchte ich in ein paar Tagen nicht noch einmal herzukommen. Mit allem bin ich einverstanden, ich habe überhaupt nichts dagegen, noch eine Nacht friedlich hier zu liegen. Franziska, die wenig später zusammen mit Frieda und Nick auf dem Heimweg von Kindergarten und Arbeit vorbeikommt, ist eigentlich stinksauer auf mich. Was natürlich schwerer fällt, wenn die Erleichterung darüber, dass ich nicht tot bin, das vorherrschende Gefühl ist. Da die beiden Kleinen schon mehr verstehen, als einem manchmal lieb sein kann, mache ich nur vage Andeutungen zu dem, was in diesem Bauernhofkeller vor ein paar Stunden vorgefallen ist. Auf Englisch erzähle ich von Teichner, das furchtbare Bild, wie er dort in seinem Blut lag. Dass auch ich knapp vor einer Hinrichtung stand, verschweige ich. Ich versuche, mich an meinen Kindern zu erfreuen, wie sie sich auf Entdeckungsreise im Krankenhauszimmer begeben. Doch das gelingt mir gerade nicht so gut. Franziska spürt das und bald sind sie wieder fort. In der Nacht schlafe ich schlecht bis gar nicht und als ich schließlich doch in so etwas wie eine Tiefschlafphase versinke, stürmt die Morgenschwester herein und waltet ihres Amtes. Ich gehe ins Bad, mache mich frisch und ziehe mich vollständig an. Ich habe keine Lust mehr, jammerlappig in meinem Bett herumzulegen. Da setze ich mich doch lieber jammerlappig an einen kleinen Tisch, nehme das leckere Krankenhausfrühstück ein und warte auf den Arzt, damit er mich endlich entlässt. Ich kaue auf dem ledrigen Brötchen herum und bekomme dabei das Bild vom toten Teichner nicht aus dem Kopf. Sekundenlang schießen mir Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit bei der Polizei durch den Kopf. Teichner, der ewige Außenseiter, der auch alles dafür tat, diese Rolle bis zu seinem Tod auszufüllen. Da öffnet sich, ohne dass ich vorhin klopfen gehört hätte, die Tür und meine Mutter tritt ein. Sie schaut mich aus großen Augen an, öffnet den Mund und sagt nur, Junge, 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 Junge. Hallo Mutter, begrüße ich sie, so freundlich wie irgend möglich, blicke dabei an ihr vorbei zur Tür, in der Erwartung, dass gleich auch Johann mein Zimmer betritt. Es ist schon lange her, dass ich sie ohne ihn zu Gesicht bekommen habe, aber er taucht nicht auf. Bist du alleine gekommen, frage ich. Ja, antwortet meine Mutter. Ach, der muss auch nicht immer dabei sein. Ja, wie geht's dir denn, mein Bub? Der Bub, der die Mitte 40 bereits hinter sich gelassen hat und sich momentan eher wie Mitte 90 fühlt, antwortet, ganz okay. Aber was ist denn passiert? Franziska wollte nicht so recht damit rausrücken. Ich winke ab und murmele so etwas wie, dass ich mich übernommen und daher der Kreislauf schlapp gemacht hätte. Meine Mutter merkt, wie Mütter solche Sachen eben merken, dass dies nur ein winziger Teil der Wahrheit ist. Sie belässt es aber dabei und verkündet, sie sei hier, um mich abzuholen. Diesmal gibt es keine Vorwürfe, nicht einmal einen Anflug davon, ganz im Gegenteil. Da sitzt einfach nur eine Mutter, die sich Sorgen um ihren Sohn macht. So anrührend pur, wie ich sie selten erlebt habe. Dieser Umstand und die latente Dünnhäutigkeit, die mich seit Teichners Tod zusammen mit all den Schuldgefühlen fest im Griff hält, führen dazu, dass ich Sekunden später ein wenig die Kontenanz verliere und den Tränen ausbreche. Meine Mutter sitzt nur da, schweigt, hält meine Hand und stellt keine Nachfragen. Zunächst tut es gut, dann macht es mich nervös. Meine Mutter schweigt nie und erst recht stellt sie niemals keine Nachfragen. Ich reiße mich also zusammen und frage sie, wie es ihr denn so gehe. Ach, weißt du, Henning, antwortet sie, manchmal ist es gut, das Tempo mal rauszunehmen. Seit dein Vater gestorben ist, bin ich nur auf Achse und bin so aktiv wie noch nie, stürze mich von einem ins andere und dann nun der Johann und im Herbst soll geheiratet werden. Sie blickt lange schweigend aus dem Fenster. So habe ich sie wirklich lange nicht mehr erlebt. Und gestern war ich bei deinem Vater im Grab. Ich saß da so und habe seit einem Jahr mal wieder mit ihm gesprochen. Und da wusste ich plötzlich, dass ich Johann nicht heiraten will, jedenfalls jetzt noch nicht. Erstaunt sehe ich sie an. Und? Hast du es ihm schon gesagt? Frage ich. Ja, gestern Abend. Und wie hat er reagiert? War ein bisschen traurig, will mir aber alle Zeit geben, die ich bräuchte. Ein toller Mann ist ja schon, der Johann. Und er tut mir auch wirklich gut. Doch ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich so liebe, wie er mich. Nun, es ist an mir, die Hand meiner Mutter zu nehmen. Ich sage, musst du doch auch noch nicht wissen, Mutter. Du wirst es schon noch rauskriegen. Sie blickt zu Boden. Da liegen allerdings gerade meine ganzen Klamotten wild durcheinander neben dem Koffer. Ja, wie sieht das denn aus? Kannst du immer noch nicht deine Hosen anständig über den Stuhl hängen? Kann deine Franziska dir das nicht endlich mal beibringen? Sie ist wieder die Alte. Vielleicht auch gut so. Gerade eben wurde sie mir schon ein wenig unheimlich. Eine Stunde später ist meine Entlassung ärztlich abgesegnet, der Koffer gepackt. Ich sitze als Beifahrer neben meiner Mutter, was kein unbeschwertes Vergnügen ist. Meine Mutter ist nämlich eine Comeback-Fahrerin. 20 Jahre lang hat sie komplett mit dem Fahren ausgesetzt. Mein Vater ließ sie nie ans Steuer. Das war seine Sache. Wenn sie von Rudingshain in die große Stadt nach Schotten musste, nahm sie den Bus oder ein Taxi und der große Wocheneinkauf fand immer gemeinsam mit meinem Vater am Samstagvormittag statt. Also dann, wenn alle anderen auch einkauften. Der Samstagvormittagseinkauf ist für mich daher in einer Liga mit dem Sonntagnachmittag Spaziergang. Er wird von mir konsequent abgelehnt. Nur einen Tag, nachdem mein Vater gestorben war, setzte sich meine Mutter wieder ans Steuer. Leider ist sie der lebende Beweis dafür, dass man Autofahren doch verlernen kann. So fahren wir also gerade mittig auf der Landstraße und jedes Mal, wenn uns ein Auto entgegenkommt, flehe ich meine Mutter an, weiter nach rechts zu steuern. Aber nicht, dass wir gleich im Graben liegen, erwidert sie darauf jedes Mal. Vor uns fährt ein Kleinbus mit der Aufschrift Bundesweiter Antischmutz-Fangmatten-Service. Darunter der Name Pörzel und eine Telefonnummer. Vielleicht wäre das ja beruflich für mich was. Ich steige groß in das Antischmutz-Fangmatten-Service-Business ein. Ich weiß zwar nicht genau, was man da konkret macht, aber es klingt so schön konsequent. Meine Mutter rauschte derweil mit Tempo 90 in ein Vogelsberger Dorf und ich frage mich, ob ich gestern mit der Waffe an meinem Kopf mehr Angst hatte als gerade jetzt. Bremsen, piepse ich, wir sind in einem Ort. Ich schalte lieber runter, entgegnet meine Mutter. Das schont die Bremsbelege, hat dein Vater auch immer gesagt. Überraschenderweise überlebe ich auch dieses Mal. Ich bin tatsächlich zu Hause angekommen. Ach, was sage ich, ein Zuhause war das hier noch nie und es wird es auch niemals werden. Ich bedanke mich trotz ihrer Fahrkünste bei meiner Mutter, hole die Tasche aus dem Kofferraum, verabschiede mich und watschle mit weichen Knien zu unserer Wohnung. Die Tür steht auf. Was hat das denn jetzt bitte zu bedeuten? Franziska ist in der Musikschule, Laurin in der Schule, die Zwillinge sind im Kindergarten, die Autos von Gieser und Trüdi stehen auch nicht im Hof. Warum also bitte steht unsere Haustür offen? Hat Franziska vergessen, sie zu schließen? Oder was soll das jetzt? Ich habe absolut und überhaupt gar keine Lust auf schon wieder Aufregung. Ich klopfe sachte an die Haustür, obwohl es doch unsere eigene Wohnung ist, rufe zögerlich Hallo? und hoffe, keine Antwort zu bekommen. Da kommen unsere Superwachhunde Berlusconi und Charlie freudig schwanzwedelnd herangeeilt. Also Entwarnung? Irgendwas höre ich oder bilde ich mir das ein? Doch, ich höre Geräusche. Sie kommen aus der oberen Etage, dort wo die Kinderzimmer und das Schlafzimmer sind. Ich ziehe meine Schuhe aus und husche auf Zehenspitzen in die Küche, um mich mit einem möglichst spitzen Messer zu bewaffnen, denn oben ist jemand, inzwischen bin ich mir sicher. Dann schleiche ich immer noch auf Zehenspitzen die Treppe hinauf. Ich höre eine Frau lachen. Mitglieder der schlagenden Bürgerwehr sind es also nicht, die besteht meines Wissens nur aus Männern, oder? Einigermaßen erleichtert, rufe ich noch einmal Hallo! und reiße dabei versuchsweise die Badezimmertür auf. Im Bad, in unserem Bad, steht Hessi, neben ihrem Manni, beide so, wie Gott sie geschaffen hat, und zwar an einem Tag, an dem er so recht wohl keine Lust hatte. Ich habe in den letzten Stunden Schlimmes, ja, Traumatisches erlebt, doch dieser Anblick ist ein Höhepunkt ganz eigener Art. Ups, macht Hessi und ui, der Manni. Entgeistert starre ich die beiden an und mir fehlt eindeutig die Lockerheit, über die Situation lachen zu können. Manni nimmt sich der Sache an. Servus, Henning, hier freut mich, dass du, äh Manni, bitte zieh dir doch erstmal, also häng dir wenigstens ein Handtuch um. Selbst verfreilich hier, kann man verstehen, den Wunsch kann ich nachvollziehen, sagt er, greift nach einem Badetuch und schiebt, da spielt ja auch immer das Thema Neid ne Rolle. Hinterher, auch Hessi hat sich inzwischen in ein Handtuch gehüllt. Also, ich find das jetzt schon ein bisschen peinlich, dass er uns jetzt hier so sieht, sagt sie zu Manni, als wäre ich gar nicht anwesend. Manni lässt sich wie immer nicht aus der Ruhe bringen. Jetzt lass uns doch erstmal in aller Ruhe, die Sache und den Sachverhalt, wie er sich hier so auf den ersten Blick hier darzubieten hat, äh, Durcherbeide, schwadroniert er in typischem Manni-Deutsch. Man muss hier jetzt weiß Gott nicht in Aufregung verwallen. Ich antworte erschöpft, dass ich auch gar nicht in Aufregung verfiele, mich aber doch wundern dürfe, wenn zwei Bekannte plötzlich nackt in meinem Badezimmer stünden. Da hat er recht, der Henning, stimmt mir Manni zu, immerhin etwas. Hessi ist das alles deutlich peinlicher. Nicht ein einziges Mal blickt sie mir in die Augen, sie schaut unentwegt zu Manni, der unbekümmert weiter deeskaliert. Natürlich ist das jetzt hier schon gewissermaßen eine komprimitierende Situation. Da wollen wir doch jetzt mal nicht verklemmter sein, als wir sind, oder? Doch immer fällt es meinem Gesicht schwer, sich zu einem Lächeln aufzuraffen. Zur Klarstellung. Also hier jetzt die Aufklärung der gesamten Gesamtsituation, die sich voller Verwunderung dir jetzt hier so darbietet. Also, bevor ich jetzt hier also in irgendeiner Form negative Vibrations Einhalt genieße, freuen wir uns doch erstmal zusammen, dass du wieder so wohlverhalten aus dem Krankenhaus heimgekehrt bist. Manni macht eine Pause, als müsste irgendwer dazu applaudieren. Punkt zwei, müsstest du, lieber Henning, doch auch als Freund mal sage, hier, klasse, die zwei, der Manni und die Hessi, da scheint ja eine Versöhnung zu verzeichnen gewesen zu sein. Die Frage ist nur, ob diese Versöhnung hier und in dieser Form stattfinden muss, wende ich ein. Die Frage wiederum ist nicht unberechtigt. Gell, Hessi? Nee, ist ja wirklich nett. Punkt drei, fährt Manni fort, ist es jetzt hier noch gar nicht so irgendwelche sexuelle Lass gut sein, Manni, das möchte ich jetzt auch gar nicht so genau und Punkt fünf, Punkt vier, korrigiert Hessi. Okay, Punkt vier ist, mir habe noch gar nicht mit dir gerechnet. Wenigstens etwas, denke ich. Dann erklärt Hessi, Franziska habe die beiden gebeten, mit den Hunden Gassi zu gehen, da sie diesmal früher zur Arbeit müsse und ich erst am Mittag nach Hause käme. Und nun sei ich ja schon am Vormittag zurück und durch das schwüle Wetter sei man eben ins Schwitzen gekommen und da hätten sie die Idee gehabt, noch eine kleine Dusche zu nehmen. Hessi ringt sich eine Entschuldigung ab, die ich natürlich akzeptiere. Ich erspähe auf Mannis Brust eine Tätowierung. Wieso hast du denn da einen Ochsenkopf tätowieren lassen, frage ich ihn. Ei, das soll doch die Hessi sein, antwortet er. Ah, murmle ich und wir belassen es dabei. Ich bekomme die beiden danach schneller los, als ich zunächst befürchtet habe und kann zudem erfolgreich allen Fragen nach meinem Befinden und nach den Erlebnissen der letzten Tage ausweichen. Unruhig laufe ich danach in der stillen Wohnung hin und her, trage irgendwelche Dinge sinnlos von hier nach dort. Ich müsste mich eigentlich ausruhen, doch die Ruhe, mich jetzt einfach aufs Sofa zu schmeißen, finde ich nicht. Ich kann mich nicht entspannen, nicht einmal an TV-Serien gucken, es zu denken und das soll schon was heißen. Ich bin es Teichner schuldig, weiterzumachen, auch wenn ich nicht wirklich weiß, wie. Hier zu Hause zu bleiben ist jedenfalls keine Option. Also schnappe ich mir meinen Autoschlüssel und fahre nach Bretzenhain zur Flüchtlingsunterkunft in der Hoffnung, dort Jana Wilhelm anzutreffen.